Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nein, nein, okay, okay, okay. Und da sein! Nein, bist du da schlimm. Ja, wir haben eine Wertung. Ringrichter Jamal, nein nicht Ringrichter, Punktrichter Jamal. Scharrogan wertet 100 zu 91, Cornelius Berns wertet 97 zu 93 und Roman Marowitz wertet 98 zu 92. Und somit haben wir einen neuen deutschen Meister im Superwettergewicht, Piat Junior Ure. Ja, 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 ja. Superwettergewicht und gib mir doch eine Position. Sehr gut! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kroll ist die Billard, gib dem Beat. Auch wenn sie staunen, aber denen ich vertrauen. Hör nicht da drauf und glaub an dein Traum. Auch wenn sie sagen, du wirst es verbauen. Hör nicht da drauf und glaub an dein Traum. Komm, du hast jahrelang geschuftet und trotzdem wollten deine Namen aus dem Schmutz sehen. Show wie vom Gegner die Luft fehlt, weil du den Schlag mit der Frust auf die Brust schlägst. Du hast jahrelang geweint, trotz Blut, Stolz und Schweiß. Doch jede Kräne zieht sich aus mit der Zeit. Und weil dir ist die Zeit reif, du bist das Highlight. Sorg dafür, dass du die Eins bleibst. Sorg dafür, dass die Welt deinen Namen treibt. An diesem Weg, bisher hast du die Hade kämpft. Selbst wenn du auf den Boden liegst, musst du aufstehen. Niemals aufgehen. Du musst dein Traum leben kommen. Glaub an deinen Traum. Auch wenn sie sagen, du wirst nie etwas erreichen. Glaub an deinen Traum.